Meine Familie und ich freuen uns sehr, von nun an in eurer Gemeinde zu leben. Ich habe Ihnen angeboten, zu einem anderen Thema zu arbeiten. Du sollst mich schminken. Du sollst mottige Strickjagd tragen. Egal, was du mit dem Typen hast oder nicht hast, von mir erfährt keiner was, okay? Wo ist dein Problem? Wo ist dein Problem? Lass unsere Brüder und Schwestern deine große Liebe erfahren. Stärke sie durch die Taufe, den Versuchungen der Welt zu widerstehen. Du hattest doch Geburtstag. Hier, für dich. Danke. Wie ist das denn passiert? Ich war ein böses Mädchen. Du bist schweig. Hast du sie geschlagen? Sag mal, bist du wahnsinnig? Was fällt dir eines der Fälle? Irgend so ein Scheiß zu erzählen, von wegen, dass du ihr helfen willst, hier wegzukommen. Weißt du überhaupt, was das heißt? Warum musst du dich einmischen? Warum? Du kennst überhaupt nicht! Ich gehe weg. Gabriels Eltern haben mir ein Ticket gekauft. Von hier bis Zürich, siehmeinhalb Stunden. Ich werde eine richtige Ausbildung machen. Ich werde nicht den Rest meines Lebens in dieser Pommesbude verrotten. Ich werde nicht den Rest meines Lebens in dieser Pommesbude verraten. Ich werde nicht den Rest meines Lebens in dieser Pommesbude verraten. Ich werde nicht den Rest meines Lebens in dieser Pommesbude verraten. Ich werde nicht den Rest meines Lebens in dieser Pommesbude verraten. Ich werde nicht den Rest meines Lebens in dieser Pommesbude verraten. Ich werde nicht den Rest meines Lebens in dieser Pommesbude verraten. Ich werde nicht den Rest meines Lebens in dieser Pommesbude verraten. Ich werde nicht den Rest meines Lebens in dieser Pommesbude verraten. Ich werde nicht den Rest meines Lebens in dieser Pommesbude verraten. Ich werde nicht den Rest meines Lebens in dieser Pommesbude verraten. Ich werde nicht den Rest meines Lebens in dieser Pommesbude verraten. Ich werde nicht den Rest meines Lebens in dieser Pommesbude verraten. Ich werde nicht den Rest meines Lebens in dieser Pommesbude verraten.